Guten Tag, Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Runde vom Landwirtschaftsmodell 22. So, wollen wir wieder mal rennen. Mit Aussaat. Seit 10 Folgen ist anderes oder 15 Folgen. Ich weiß gar nicht genau, wie lange wir jetzt schon dabei sind, aber mit 6 sind natürlich einige Hektar an die 1000, die gesät werden wollen. Mit fast wenig unterschiedlich. So, ab zu 32 mal fahren. Da gucken wir mal, 32 ist das obere auf der Ecke, da haben wir mit Sicherheit schon irgendwie doch Kurs. Schlagen, zurück. Erster Wegpunkt ist schon richtig, erster Wegpunkt übergeben. Müsste eigentlich gehen. So, dann haben wir keine Zeit zu verlieren. Er hier vorne auf der Acht ist auch gleich fertig, das ist schön. Er ist nämlich schon ganz gut vorangekommen. Oh Gott, der hätte sogar schneller fahren können. Den habe ich die ganze Zeit auf Bremse. Deswegen war der John Deere jetzt auch vorher fertig. Noch eine Minute, dann ist er fertig. Machen wir voll, den haben wir auch schon getankt und der geht dann zum Beispiel auf Hälften 29. Simon und glide auf Sie fahren können. Oh Gott! B'sh wenn du einen Geltаются. Halt es sich. Und hier war der, was ich nicht verklemmt. Was war's. die nehmen wir raus aber auch geschafft aber kurz warten genau sonst habe ich ein baum fest das war knapp auch noch 5000 liter dünger mehr als gedacht kriegen wir nicht mal alles mit also hier haben wir noch 3.000 werden wir mal merken nachdem wir vielleicht 32 oder 29 gemacht haben da dürfte weil die felder sind ja nicht so groß dann müsste dünner übrig bleiben auch wenn wir da jetzt nicht vorgedünkt haben oder irgendwas machen wir weiter mit leinsaat und leinsaat ist halt braunig viel dünner nicht so viel wir setzen voll auf leinsamen ohne ende aber nachher davon aber es kann man gut verkaufen und zur not hätten wir sogar noch schlags auf den feldern die wir auch noch irgendwie verkaufen können pressen abfahren sammeln abfahren verkaufen weiß ich noch nicht aber irgendwie könnten wir es auch noch verarbeiten hier vorne wartet ein lkw mal auf die erste zusammenstellung um 17 uhr sollten auch so krabbensalat und sowas hier mal in zentrallager geliefert werden krabbensalat und sowas funktioniert ja das ist nicht knapp gerade aufs cosplay künstler geguckt mit der feldarbeiter haben wir das noch nicht bearbeitet also ich kalkuliere direkt frisch neu hier rein und das ist alles da vorne wird schon gearbeitet dann können wir danach nochmal die zeiten checken wie dann braucht wohl jeder dann haben wir da mal einen kleinen überblick und fällt acht ist fertig ich sehe nichts wenn man kein auge hier das auge soweit gut also seine zeitkalkulation sieht vor 34 minuten 28 minuten so fällt acht ist fertig kann ich hierüber nicht einsteigen verstehst nicht ja gut das macht die andere sehmaschine gleich noch da müssen wir gucken vielleicht müssen wir manuell nacharbeiten würde ich eigentlich 35 36 37 sehen aber ich weiß auch nicht genau genau ich weiß nicht genau 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 Auf den können wir jetzt gleich reparieren und tanken, weil sonst nervt er auf dem nächsten Felder mit rum. Das passt gut, dass wir jetzt hier sind. 29.000 Liter Saalgut noch. Ich glaube, hier haben wir nichts mehr, ne? Also wir haben jetzt vielleicht das, was wir wieder produziert haben, so ein paar Krümel-Dünger. 50.000 Liter Saalgut noch. 50.000 Liter Saalgut noch. raus und schlafen sein hier habe ich noch nicht platziert die vier treckern in der aussage beschäftigt keine zeit für produktion gehabt habe alle noch abgesammelt ja doch hier war ja noch ein sprung immerhin haben wir jetzt 5000 l da nochmal mit das reicht ja schon wie so ein mittleres feld da oben 37 hätten wir nehmen wir das müsste passen das bin ich wir grillen heute abend schön schön lauer schön schön wir grillen nicht ist auch nicht mehr so wirklich warm wenn wir grillen einige grillen immer egal welche jahreszeit rund um die Uhr wetterunabhängig die sind eher schön wettergriller so 17 uhr ist gerade gewesen das heißt jetzt sind ein paar produkte verteilt worden wir hätten jetzt gleich 20 minuten zeit so plus minus also lange braucht der wahrscheinlich nicht mehr ja laurasch habe ich leider nicht vorbei schade nach dem motto dann müsste ich jetzt losfahren damit ich dann in vier stunden da bin oder wie ne danke das ist jetzt hier im vorgewinne also das macht er noch das ding in der mitte das müssen wir vielleicht dann später nochmal selber nacharbeiten der braucht noch 13 minuten also das ist jetzt die zeit die wir haben um einmal eine portion fertig zu machen die wir irgendwo verkaufen aber ich glaube ich habe auch noch 23 dann haben wir gerade eben gesehen aber auch noch länger der sollte sich übergeben denke ich ja dann wird die Arbeit auf also auch gut und wenn die alle fertig sind die vier Felder dann haben wir schon mal einen guten schwung mehr geschafft das wäre doch nice so dann lassen wir mal gucken was wir jetzt verkaufen können also das Zentrallager ist jetzt umgelagert also hier ne wir machen mal eine da ist er wir machen mal eine kleine Tour fertig so machen wir mal die Plane auf runter um aufzuklappen musste ich den Motor anmachen so was wir wollen ein schönes verkaufen wir gucken mal also hier sind schon die Summen sind schon wieder ganz nett ne da hat sich ja doch wieder ein bisschen was angesammelt Bargeld behalten wir erstmal Holzkohle haben wir natürlich wieder nicht hier da geht es schon wieder los so Krabbensalat hätten wir glaube ich jetzt hier Scheunfilet Brombeergelee machen wir das jetzt alles hier Krabbensalat so dass das jetzt funktioniert so da sind die Fischtorten ja funktioniert gut wir gehen das jetzt Stück für Stück durch bis wir einen vollen Ladung haben und dann ist gut ne so viel Zeit haben wir jetzt gerade Krabbensalat achso Brombeergelee Schollenfilet Pflaumenmus und Tomatensauce so weiter die erste Schicht voll jetzt brauchen wir erstmal den Autosave ja viel Spaß gegen Mainz so ähm Karottensaft hätten wir hier noch so Ketten das passt gerade echt gut ne noch ist keiner da meckern ist von den vier Fahrzeugen die jetzt aktuell arbeiten Nudeln nochmal nice ist auch ne schöne Portion Frischkäse wäre auch nochmal gut die Nudeln noch und dann sind wir auch schon bald voll Kürbis haben wir viel zu viel aber den Rest einfach mit Kürbis voll machen obwohl wir auch noch andere Sachen glaube ich finden würden Sahne und Joghurt Dinkelmehl Weizenflaschenbier wäre auch nochmal ganz nice dann machen wir mal Weizenflaschenbier dazu aber wir sind immer so gut wie voll ne wir sind immer so gut wie voll ne ich weiß nicht ich guck einmal kurz lieber sieben Paletten noch ähm das sind ja das kommt ja ne kommt nicht ganz hin ne die sind ja alle gerade bei Aldi gut also das erste Bier Weizen ist echt total egal so liebe Leute das ist doch mal ne gute Zusammenstellung wie ich behaupten dafür ist das Zentrallager da und das ist erst die erste Ladung wir werden auf jeden Fall ganz locker noch mehr Ladung fertig machen können aber das brauchen wir auch wir brauchen ja gerne weiß ich nicht wir können ja gerne nochmal zusammenrechnen vielleicht machen wir es in der nächsten Folge rechnen wir nochmal zusammen ungefähr wie viel Millionen ich jetzt noch brauche für die letzten Produktionen weil das ist ja so ein bisschen das Ziel ne also zumindest jede mal gehabt zu haben ich werde nicht jedes Produkt mehr produzieren können nein das schaffe ich nicht aber zumindest mal jede Produktion gehabt zu haben und vielleicht auch zumindest ein Produkt auch je Produktion am Laufen zu haben so 32 ist auf dem Rückweg 29 arbeitet schön hier oben die 37 arbeitet so muss das nämlich sein der ist der Eier hat hier komisch rum immer noch na der macht danach aber noch die 16 dann haben wir das hier auch beieinander auf der 14 war ja auch irgendwie was da müssten wir eigentlich auch lieber Tabak drauf und schon ist ganz schön grün ne Zentraler habe ich selber gebaut ja da ist ja mein Mod-Paket mit drin ja so viel nur du kannst ja nicht weiter verarbeiten wie das produziert so das Zentrallager ne da hat man überall alle möglichen Produkte insgesamt weiß ich nicht hatte meiner in letzter Zeit gezählt wie viele Produkte hier in der Halle sind ich bin natürlich jetzt gerade in einer Halle die am wenigsten Produkte hat die Obst- und Gemüsehalle nö also in meinem Mod-Paket gibt es ja einen Bauplan das macht natürlich auch nur überwiegend Sinn auf meiner Karte weil hier die ganzen Produkte auch drauf sind so zurück fett hier so fett Mods dann hast du unter Lagerhallen ein Zentrallager Bauplan oder die einzelnen Zentrallagerhallen ne hier so ein Bauplan und wenn man es richtig aufbaut da kann man immer sehen welche Halle soll denn eigentlich wohin und dann passt das schon und dann wenn man es richtig aufgebaut hat kann man hier sämtliche Ware auslagern wenn man die Logistiker hat kann man auch automatisch die Ware aus den Produktionen ins Zentrallager reinkriegen was eine enorme Zeitersparnis auf jeden Fall ist gut Flaschen haben wir hier noch die Holzkohle das müsste man halt so machen weil wenn ich die hier hinverteile um sie dann wieder zu verkaufen da macht man schon echt eine ganze Menge Verlust weil der Logistiker ja eine Menge abnimmt an Geld Kürbissuppe Pilzzuppe Zucker Himbeer Marmeladen die ganzen Marmeladen Honig auch das können wir bestimmt noch gut verkaufen ja die riesigen Summen obwohl das würde ich lassen das können wir im Frühjahr verkaufen die ganzen Obstgeschichten die wir dann nicht mehr brauchen dann nach 21 Minuten wo ist denn er eigentlich er kann auch ein paar Kleinigkeiten mit verkaufen oder mal gucken warte mal da ist doch wieder mehr dazu gekommen Milch bei der Molkerei Ei und Flax tatsächlich auch ich weiß gar nicht Flax mal gut zu oder für das Leinsaat einbauen ich weiß nicht aber noch irgendwo Flax übrig haben Mayonnaise Mix 1 ist halt auch irgendwas Öliges also ja aber die Hühnerstelle also ich schicke den mal erstmal auch zum Zentrallager Warenausgabe dann könnten wir gucken ob wir da was Öliges verteilen ich gucke einmal kurz zu unserer Hühnerproduktion achso jetzt sind die Enten die haben so viel Down ich müsste die Enten eigentlich mal in den Hühnerstall umlagern dann machen die auch Eier zwar Hühnereier aber so aber wird 3.000 also beide sind 6.000 aber der Stall ist halt auch voll jetzt ne mit 5.000 kriege ich an ich würde aber trotzdem keine also bei diesem Stall wäre natürlich wenn ich sowas wieder baue im 25er finde ich ist das Feedlot System cooler es sei denn man kann das im LS25 besser einstellen wie viele Tiere man anzeigen lassen wollen würde weil wir können ja nicht immer wie gesagt nur für Konsoleros Konsolenspieler Rücksicht nehmen die vielleicht nicht mehr als 16 Tiere hier darstellen können sondern irgendwie 20 oder 100 Tiere müsste man das eigentlich hier so ähnlich machen wie beim beim Feedlot ne dass man so einen Bauplan hat dass man hier einmal Hühner rein platzieren kann hier Hühner rein platzieren hier Hühner und hier Hühner dass man hier 4 mal Hühner rein platzieren kann dann würden wir auch 4 mal so viele Hühner hier sehen und dann glaube ich wird es auch interessanter weil so sieht das halt so albern aus laufen irgendwie 3 Hähne rum so ungefähr und 7 Hühner wenn das mal 4 wäre dann wird das schon ein bisschen lebhafter aussehen im Stall denke ich und dann habe ich jetzt auch alles nicht wirklich geschafft mich damit ein bisschen mehr auseinanderzusetzen zeittechnisch im LS22 die Zeit ist echt immer sehr relativ Lichtschalter und so weiter naja man kann nicht alles haben so wo ist unser Aldi Fahrer kriegen wir das Geld heute noch oder erst in der nächsten Folge sieht nach der nächsten Folge aus wo ist er denn wo fährt denn das Geld ist er schon da LKW mit großer Ladung vermisst schauen wir in der nächsten Folge bis dann vielen Dank tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020